Gegen den Scharbeutzer Norbert Denneff ist nach Informationen der NDR 1 Welle Nord in Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Er soll das Versammlungsrecht missachtet haben. Denneff ist Sprecher der betroffenen Organisation Netzwerk B und kämpft seit 45 Tagen mit einem Hungerstreik für die Aufhebung der Verjährungsfristen bei sexueller Gewalt. Aus dem NDR 1 Welle Nord Studio, Lübeck, Thorsten Philipps. Norbert Denneff soll eine Demonstration vor dem Bundestag in Berlin nicht angemeldet haben. Denneff widerspricht. Er habe verschiedene SPD-Politiker zu einem Gespräch vor dem Bundestag in Berlin eingeladen, darunter auch der stellvertretende Bundestagspräsident Thierse. Zusätzlich gibt es gesundheitliche Rückschläge. Das linke Bein mache Probleme, so Denneff. Der Scharbeutzer spricht von Lähmungserscheinungen und will jetzt einen Arzt aufsuchen. Trotz der gesundheitlichen Probleme und trotz des Ermittlungsverfahrens wegen angeblichen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht, denkt der 63-Jährige nicht ans Aufgeben. Er will seinen Hungerstreik fortsetzen. Der Scharbeutzer spricht von L because of the Fall is on aclacutting, so den hier in Berlin nicht angemeldet werden. Der Scharbeutzer spricht von L. In 131. Der Scharbeutzer spricht von L es um Besuchern. Den Scharbeutzer spricht von Läggsämi.